Ja, ich nehme das Ding einmal an und schieße dann voll drauf und ja, natürlich geil, dass er einschlägt. Und dann war ich ein bisschen überfordert, bin aber zur Mittellinie gelaufen und habe einfach losgeschrien, weil es so häufig ja nicht vorkommt. Ja, ich glaube, wir haben es gut gemacht, sehr geduldig gespielt und ja, wenig Chancen zugelassen. Und ja, klar, durch das 1-0 haben wir dann ein bisschen mehr Räume bekommen und ja, haben dann noch überragenden Angriff mit Emils Pass und Sabis Abschluss. Und dann haben wir das Ding eigentlich sehr gut im Ballbesitz runtergespielt. Zu Null ist sehr wichtig, 2-0 auswärts, 9 Punkte. Ja, das ist eine tolle Ausgangssituation, haben glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, auf jeden Fall 5 Punkte auf den Dritten, egal wie es ausgeht. Und da können wir uns glücklich schätzen und haben noch einen Schritt zu gehen, dann sind wir durch. Wir haben heute schon gesehen, dass es die letzten Wochen sehr kräftezehrend waren. Jetzt haben wir nochmal drei Tage, um uns zu mobilisieren. Wir haben nochmal ein ganz wichtiges Spiel. Ich finde, dass wir jetzt die letzten drei Spiele sehr positiv gestaltet haben. Wir haben nochmal die Chance vor der Länderspielpause. Mit einem vierten Sieg in Folge finde ich dann doch einen guten Abschluss von diesem Block zu haben, der ja nicht so gut losging. Und das wird unser Ziel sein. Da werden wir uns sicher auch ein bisschen durchtauschen, weil schon ein paar Spieler einfach Platz sind und nicht immer 90 Minuten spielen können, wie Timo heute als Beispiel. Wir werden so eine Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir da auswärts auf jeden Fall sehr gut spielen können und auch gewinnen können. Wir werden so ein bisschen durchführen. Wir werden so ein bisschen durchführen. Wir werden so ein bisschen durchführen. Wir werden so ein bisschen durchführen.